Immer wieder höre ich auch von erfahrenen Verkäuferinnen und Verkäufern, vor allem von denen, dass sie kein Sales-Skript bräuchten, dass sie alles nach dem Bauch machen, dass das ja so die jahrelange Erfahrung ja mit sich bringt, dass man weiß, was der Kunde möchte. Und meine Einstellung ist ganz einfach und klar und deutlich dazu. Wenn du kein Skript hast, dann hast du keinen Plan. Und ich möchte dir heute einmal ein Skript vorstellen, nachdem ich meine Webseite baue, Landing-Pages baue, Funnels-Aufsätze, Videos wie dieses hier drehe, Online-Kurse, Keynotes, Sales-Skripte, Social-Media-Beiträge, Blog-Beiträge, Podcasts und so weiter und so fort erstelle. Und ich nenne dieses Skript das Convincing-Skript. Es ist die Erfolgsformel, mit der wir unsere gesamte Kundenkommunikation durchführen. Und ich stelle dir das Convincing-Skript heute einmal vor. Zunächst, was ist das Convincing-Skript? Es ist eine Marketing-Formel und sie ist angelehnt an die AIDA-Formel. Nur, dass wir die AIDA-Formel etwas ausführlicher gestalten. Das bedeutet, es sind ein paar Punkte mehr im Convincing-Skript vorhanden, die in der AIDA-Formel aus meiner Sicht essentiell wären, aber leider dort fehlen. Und deswegen haben wir sie angelehnt, aber erweitert. Und warum solltest du dieses Skript einsetzen? Ich habe es gerade schon gesagt, es ist ein Leitfaden für dich, also du triffst dann keine Bauchentscheidungen mehr. Du gewinnst dadurch Klarheit in deinem Angebot, also für dich selber. Es ist für deinen Kunden auch ein Leitfaden, weil er sich emotional abgeholt fühlt und dein Kunde steht im Mittelpunkt. Ich sehe das immer wieder, wenn ich Webseiten zum Beispiel besuche. Wir schauen uns im Monat 150 bis 200 Webseiten an und analysieren diese, ob diese verkaufsoptimiert sind. Und die meisten oder der größte Fehler, den die meisten machen, das ist, dass sie ziemlich weit oben direkt sagen, was die Lösung ist. Also die hauen direkt raus, wir sind der größte so und so in der Region, bla bla bla. Und da geht es nur um die Firma und um das Angebot. Es geht nicht um das, was der Kunde möchte. Es geht nicht darum, dass der Kunde hier auf diesen Seiten dann im Mittelpunkt steht. Und das ist meiner Ansicht nach ein großer Fehler, denn wenn ein Kunde zum Beispiel deine Webseite besucht oder ein Verkaufsgespräch mit dir führt, dann sollte der Kunde das Gefühl haben, dass er im Mittelpunkt steht. Und das erreichst du mit dem Convincing Script. Und ich möchte dir hier auch nochmal im Überblick die Einsatzmöglichkeiten zeigen. Ich habe es gerade eingangs schon gesagt. Du kannst damit Sales Skripte erstellen, Webseiten, Landingpage Aufbau, Newsletter, Social Media Beiträge, Werbeanzeigen, Online-Kurse, Seminare, Keynotes, Flyer und vieles mehr aufbauen. Und was meine ich mit aufbauen? Ich meine damit, dass du dir die Punkte aus dem Convincing Script herausnimmst, einen nach dem anderen. Und dann deine Kommunikation, egal wo das jetzt stattfindet, genau darauf basierend aufbaust. Und das hat für dich natürlich auch den Vorteil, dass du dich mit jedem Punkt einzeln beschäftigst. Und so lernst du deinen Kunden genau kennen. Du weißt dann hinterher genau, was möchte dieser Kunde überhaupt und wie muss meine Lösung aussehen, damit mein Kunde sich darin wiederfindet. Und das Ergebnis ist dann mehr Abschlüsse. So, lass uns einmal drüber schauen, wie das Convincing Script aufgebaut ist. Und zwar fangen wir an mit dem Pattern Interrupt. Ein Pattern Interrupt im Verkaufsgespräch, wenn du zum Beispiel jemand anrufst, kann sein, dass du zum Kunden direkt nach der Begrüßung sagst, Hallo Frau Müller, mein Name ist Bote. Ich möchte Ihnen heute etwas verkaufen, wovon Sie jetzt glauben, Sie brauchen es noch nicht. Das wird sich aber in wenigen Minuten ändern. Wollen wir wetten? So, das wäre so ein klassischer Pattern Interrupt, einer, den ich jahrelang benutzt habe, wenn ich Kunden angerufen habe, weil ich dann meinem Kunden signalisiert habe, Hey, ich möchte dir tatsächlich etwas verkaufen. Mache ich heute im Übrigen immer noch, wenn ich Videos rausschicke, ja, an Firmen beispielsweise, dann sage ich als Intro, als Pattern Interrupt, Ja, Sie haben sicherlich schon gedacht, dass sich dieses Video hier um Akquise dreht. Ja, ganz genau, ich möchte Ihnen in diesem Video etwas verkaufen. So, und dann bleiben Kunden entweder dran, weil sie neugierig sind oder sie legen auf, aber das hätten sie auch sowieso getan. Von daher ist das ein Pattern Interrupt, mit dem du Aufmerksamkeit erzeugen kannst. Ein anderer Pattern Interrupt wäre zum Beispiel, wenn du eine Landingpage baust und dann eine provokante These, eine Headline oben schreibst, die den Kunden so ein bisschen nachdenken lässt, die ihn aus seinem Muster, nichts anderes ist das, der Pattern Interrupt, eine Musterunterbrechung, aus seinem Muster herausholt und zu dir auf die Seite zieht. Oder es kann auch ein ausdrucksstarkes Foto sein, wo du sagst, Hm, da gucke ich mal genauer hin, was ist denn das hier eigentlich? Also alle diese Punkte, die du auf einigen Webseiten, viel zu wenigen Webseiten, siehst oben, die dich dann fesseln, das sind Pattern Interrupts. Bei Apple sieht man das beispielsweise sehr häufig, schau dir mal die Apple-Seite an, wenn sie ein neues Produkt vorstellen, dann fliegt das so oben rein oder dreht sich. Also da ist immer irgendwie was los, wo du mal genauer hinguckst. Oder eine Animation haben die ganz häufig. Und das ist, wie gesagt, einmal der Pattern Interrupt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Als zweites, und das ist der wohl wichtigste Punkt, ist die Challenge deines Kunden dort anzusprechen. Das bedeutet also ein Schmerz, ein Problem, eine Herausforderung. Womit hat dein Kunde gerade zu tun? Was lässt deinen Kunden vielleicht sogar schlecht schlafen? Und dabei geht es darum, dass dein Kunde sich in der Beschreibung wiederfindet. Und wenn du dort das Problem des Kunden oder die Herausforderung besser beschreibst, als er die formulieren könnte, dann ist das natürlich noch besser für dich, weil du dann dem Kunden tatsächlich quasi aus der Seele redest. Wenn zum Beispiel jemand in unserem Bereich, weiß ich es, dass DAX-Konzerne, mit denen wir zusammenarbeiten, alle ein Problem haben, die geeigneten Mitarbeiter zu finden oder Führungskräfte zu finden. Und einer der Hauptkündigungsgründe in Deutschland, kam gerade in der aktuellen Studie, über 50 Prozent der Menschen können sich vorstellen, wegen ihrem Vorgesetzten zu kündigen. Das wäre so ein tatsächliches Problem eines DAX-Konzerns. Wenn ich dann anspreche, sie finden auch keine geeigneten Mitarbeiter für ihre Kundenbetreuung. Das wäre so ein Satz, den wir auch tatsächlich so in der Form in den Anschreiben oder in den Videos auch verwenden, die wir den Konzernen dann schicken. Und dort beschreiben wir eben das Problem des Kunden. Wenn du zum Beispiel jetzt Abnehm-Coach bist, dann könntest du da schreiben, du hast auch schon die fünfte Diät hinter dir und nichts davon hat dir geholfen. Das wäre tatsächlich so eine Problembeschreibung, die deinen Kunden schlecht schlafen lässt. So, und als nächstes kommt der Wunsch bzw. das Bedürfnis deines Kunden. In meinem Fall wäre das dann tatsächlich, wenn ich den Wunsch beschreibe, sie wünschen sich auch Mitarbeiter, die langfristig Spaß an der Arbeit haben, erfolgreich sind und dann auch bleiben und sie sogar weiterempfehlen. Das wäre tatsächlich so eine Wunschvorstellung, die meine Kunden, also wenn das jetzt DAX-Konzern oder KMU sind, tatsächlich haben. Die wünschen sich wirklich Mitarbeiter, die ja lange da bleiben und nicht ständig dann fluktuieren. Oder der Abnehm-Coach, der dann sagt, du wünschst dir einfach deine Bikini-Figur, ohne dass du dich dafür runterhungern musst. Das wäre so ein klassischer Wunsch als Beispiel. Und dann erst an Punkt 4 kommt deine Lösung, dein Angebot. Der Unterschied ist jetzt schon, du hast einmal die Aufmerksamkeit des Kunden erlangt, du hast über seine Herausforderungen gesprochen und du hast seinen Wunsch herausgefunden. Und wenn du diese drei Punkte auf dein Produkt, auf deine Dienstleistung anwendest, also wie kann ich eine aufmerksamkeitsstarke Headline zum Beispiel generieren für meine Landingpage oder wie kann ich zum Beispiel jemand dazu bringen, bei Social Media einen Beitrag weiterzulesen, wenn ich da eine tolle Überschrift habe. Du siehst das bei LinkedIn, da kommen oft Headlines und dann kommt eine Zeit lang gar nichts. Damit die in der Vorschau neugierig macht, damit die Leser, die das sehen, die sagen, oh, das ist eine interessante Headline, da muss ich doch mal bleiben bei dem Beitrag, schwieriger Satz, und lese mir den dann auch zu Ende durch. Und das ist genau der Punkt, damit man stehen bleibt an dem Beitrag, nicht weiter scrollt und dann kommt meistens auch die Problembeschreibung und das, was dann der Autor mir damit sagen möchte. Also das bedeutet Aufmerksamkeit, Schmerzproblem herausfinden und den Wunsch deines Kunden besser kennen als er selber. Dann hast du schon mal eine Tür ganz weit offen und wenn dann deine Lösung, dein Angebot auch dazu passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dein Kunde kauft, aber wir sind noch nicht am Ende, denn manchmal brauchen Kunden oder meistens brauchen Kunden mehr als nur einen Kundenkontakt. Das heißt, manchmal musst du vielleicht zwei-, dreimal anrufen, manchmal muss ein Kunde zwei-, dreimal deinen Social Media Beitrag lesen oder immer wieder welche von dir lesen. Er muss häufiger mal deine Landingpage besuchen, durch Werbeanzeigen aufmerksam gemacht werden, Retargeting-Kampagnen nennt man das und so weiter und so fort. Und da kann ein weiteres Hilfsmittel sein, Punkt 5, nämlich Proof und Beweise. Was ist damit gemeint? Proof und Beweise, das siehst du auf nahezu jeder guten Webseite, dass du Testimonials dort findest, Kundenstimmen, Kundenbewertungen und so weiter. Die sind in verschiedenen Farben, Formen und Möglichkeiten dort eingebunden. Und warum macht man das? Ganz einfach. Kunden glauben anderen Kunden eher als dir. Zumindest dann, wenn du eine neue Kundenbeziehung gerade aufbaust. Und dann kann es durchaus sein, dass ein Kunde 7 bis 15 Kundenkontakte braucht, also Kontaktmöglichkeiten, wo er dich dann sieht oder hört, bis er dann bei dir kauft. Bei uns ist das manchmal so, ich habe Kunden, die sind schon ein Jahr bei uns im Newsletter angemeldet und nach einem Jahr sagen sie dann, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kaufe ich endlich was. Oder jetzt komme ich in dein Coaching, jetzt buche ich einen Kurs, jetzt mache ich ein Mentoring, was auch immer. Und genau das ist der Punkt. Kannst du nachweisen, dass deine Lösung auch funktioniert, dann werden Kunden häufiger bei dir kaufen, als wenn du es nicht tust. Und Punkt 6 ist der Call to Action, die Aufforderung zur Handlung. Du glaubst gar nicht, wie häufig ich es erlebe, in Verkaufsgesprächen, dass Verkäuferinnen und Verkäufer keine Abschlussfrage stellen. Es ist unfassbar, wie häufig das vorkommt. Die lassen den Kunden dann mit der Kaufentscheidung alleine stehen und wundern sich dann, wenn der Kunde dann sagt, na, ich muss mir das nochmal überlegen oder muss noch eine Nacht drüber schlafen, was auch immer. Solche Dinge kommen dann, wenn du keine Aufforderung zur Handlung machst. Oder auf einer Webseite beispielsweise, wenn da nicht steht, hier kaufen oder jetzt teilnehmen oder kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren. Wenn das da nicht steht, nicht häufig genug. Ja, wo sollen die Kunden denn dann klicken? Das ist ungefähr so, als würdest du bei Amazon was bestellen und da fehlt der gelbe Button. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist der Call to Action so sehr wichtig und auf einer Landingpage siehst du davon dann auch mehrere an den verschiedenen Stellen. Und wenn du einen Social-Media-Beitrag zum Beispiel erstellst, dann solltest du auch immer unten drunter schreiben. Wenn dir das gefallen hat, abonnier den Kanal, folge mir, was auch immer. Oder buch dir ein kostenloses Beratungsgespräch oder lade dir hier mein kostenloses PDF runter, nimm gratis an der 7-Tage-Challenge teil und, und, und. Also das sind Call to Actions. Und ja, davon brauchst du manchmal auch ein, zwei mehr. Und im Verkaufsgespräch ist es ja auch so, dass du vielleicht den Kunden ein-, zweimal fragen musst, ob er dein Angebot möchte. Deswegen. So, das sind die sechs Punkte. Pattern Interrupt, Schmerzproblem, Wunschzustand, dann erst deine Lösung, dann beweise, dass deine Lösung funktioniert. Und sechstens, Aufruf zur Handlung. Ich möchte dir jetzt mal ein Beispiel geben, wie du einen Social-Media-Beitrag oder eine Werbeanzeige beziehungsweise einen Flyer aufbauen kannst. Und zwar kannst du mit einem ausdrucksstarken Foto oder Video oder auch Musik arbeiten. Dann kannst du als zweites einen Satz formulieren. Zum Beispiel, kennst du das auch, dass du ständig da, da, da bist. Sicherlich wünschst du dir nichts sehnlicher als, da ist der Wunsch dann beschrieben. Dann deine Lösung. In meinem neuen Webinar zeige ich dir, wie du genau das Punkt, Punkt, Punkt. Dann der Proof. In den letzten 35 Jahren konnte ich bereits so und so weit. Und dann Call to Action. Melde dich jetzt zum Webinar an als Beispiel. So könntest du einen Social-Media-Beitrag ganz einfach aufbauen. Nimm dir diese sechs Punkte und dann beschäftige dich mit genau diesen sechs Punkten. Und wenn du die dann einen nach dem anderen ganz der Reihe nach durcharbeitest, das muss nicht lange sein. Du hast gesehen, das ist manchmal nur ein Satz. Dann kannst du dir einen Blog-Beitrag schreiben. Du kannst einen Social-Media-Beitrag schreiben. Deine Werbeanzeige, deinen Flyer, was auch immer du damit texten möchtest. Ja, Copywriting nennt man das ja auch. Das kannst du damit machen. Und ein weiteres Beispiel. Möchtest du dir vielleicht einen Online-Kurs, ein Webinar oder eine Keynote oder Podcast oder Videoskripten, dann kannst du das genauso machen. Also wieder ein ausdrucksstarker Titel, eine Headline, also ein Intro, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Eine provokante These, die ist auch sehr gut. Ich habe zum Beispiel mal vor 100 Leuten alles Alphatiere, alles Verkäufer durch und durch, Haustürgeschäft war das damals, die haben keine Ruhe gegeben. Also da war so eine Dynamik drin und ja, ich musste ja irgendwie da mal anfangen. Und dann habe ich als provokante These ins Mikrofon reingesprochen. So, Entschuldigung, wir haben ja nur noch drei Monate Zeit, um DSL hier in ihrem Gebiet an der Haustür zu verkaufen. Danach ist Schluss. So, und dann waren die alle mucksmäusche still. Und ich habe gesagt, was? Herr Spitter, wir sind doch hier, weil wir langfristiges Geschäft aufbauen wollen. Der sagt, wir dürfen es nur noch drei Monate verkaufen. So, und dann haben die auf einmal alle geguckt. Dann sage ich, war nur ein Spaß. Aber jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Und deswegen sei da kreativ. Geh da rein. Nimm dir ein paar Minuten Zeit für eine Headline. Manchmal brauche ich für eine Headline einen Tag. Oder was du ja heute auch machen kannst, ist, frag einfach mal ChatGPT nach einer Headline. Das kannst du auch genauso formulieren. Das machen wir auch ab und an. Und lass dich davon inspirieren. So funktioniert das ja heute viel, viel einfacher als noch vor einigen Jahren. Und deswegen, das ist ganz wichtig, weil das erste, was du brauchst, ist Aufmerksamkeit. Hast du die nicht, hört dir keiner zu, liest keiner, das war's. Als zweites, sag deinem Kunden das Warum. Beschreibe das Problem deiner Kunden so ausführlich, damit sie sehen, dass sie hier bei dir genau richtig sind. Also warum sollte ein Kunde sich jetzt hier diesen Beitrag weiter durchlesen oder anhören, wenn es ein Online-Kurs ist? Warum sollte er diesen Online-Kurs besuchen? Als nächstes das Was. Beschreibe, was sich deine Zuschauer, deine Zuhörer sehnlichst wünschen. Also lass sie ganz bewusst auch mal ein bisschen träumen. Sie sollen sich vorstellen, wie es ist, wenn sie mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung ihr Ziel erreichen. Und erst dann bietest du bei Wie deine Lösung an. Also zeige, wie du diesen Traum im Idealfall erfüllst. Und als nächstes natürlich beweise, dass deine Lösung funktioniert. Bewertungen und Testimonials. Und ganz klar am Ende wieder der Call to Action oder aber Abschlussfrage, Aufforderung, auch zu handeln. Und das kannst du an der Keynote ganz am Ende. Bei einem Podcast machst du es ganz am Ende. Folge mir für mehr dieser Themen. Abonniere meinen Podcast als Beispiel oder hol dir hier meinen neuen Online-Kurs. Was auch immer. Es gibt so viele Formulierungen, da tobt dich da einfach aus. Aber mach es. Also denk an den Call to Action, die Aufforderung zur Handlung. Und manchmal nochmal muss das häufiger stattfinden. Das reicht nicht, wenn man es einmal sagt. Manchmal braucht man auch zwei oder dreimal. So, jetzt kennst du das Convincing-Script. Und es dauert einen Moment. Aus der Erfahrung heraus weiß ich, auch meine eigene Erfahrung, als ich das damals dann konzipiert habe, es braucht einen Moment, bis du dich damit zurechtgefunden hast. Am besten ist es tatsächlich, egal was du vorhast, wenn du dir ein Sales-Script schreiben möchtest, wenn du einen Social-Media-Beitrag schreiben möchtest, eine Werbeanzeige, eine Landingpage bauen möchtest, egal was es sein mag, mach dir diese sechs Punkte auf ein Blatt Papier einfach und schreibst die auf. Aufmerksamkeit erzeugen. Zweitens, was ist der Schmerz, das Problem meiner Zielkunden? Was ist der Wunsch meiner Zielkunden? Das ist oft eng beieinander. Das kann auch manchmal sein, dass du einen Satz formulierst, wo der Schmerz und der Wunsch in einem Satz vorkommen. Das musst du nicht groß jetzt ausmalen jedes Mal. Und dann erst kommst du mit deiner Lösung. Dann prove, beweise, dass deine Lösung funktioniert. Andere Menschen haben das auch bei dir gebucht. Andere Menschen haben deine Hilfe auch angenommen. Wir haben 16 Millionen Kunden als Beispiel, sagt immer einer meiner DAX-Konzernkunden am Telefon. Oder aber du sagst, 300 Kolleginnen und Kollegen haben das auch schon ausprobiert und es hat funktioniert. Was auch immer, aber beweise, dass deine Lösung funktioniert, dass dein Kunde auch weiß, dass dieses Problem, was er hat, diese Herausforderung, dieser Wunsch mit deiner Lösung auch erreicht werden kann oder gestillt werden kann oder was auch immer. Der letzte Aufruf ist heute. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung. Geh wirklich rein. Mach das einmal nach dieser Formel, egal was du vorhast. Und dann, wenn du dich so damit beschäftigst, dann wirst du sehen, steigerst du sofort deinen Umsatz. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Dein Uwe.